Ich möchte euch das System der Boarding School präsentieren und euch sieben Fakten über diese geben. Die Boarding School ist ein Internat. Das bedeutet, Schüler unterschiedlicher Altersklassen haben Unterricht an einem Campus, während sie auch auf diesem Campus wohnen und betreut werden. Also Schule und Wohnung in einem. Jetzt die Fakten. Nummer 1. Ein Internat bietet immer eine sehr familiäre Atmosphäre und heißt besonders internationale Schüler herzlich willkommen. Zweitens. Der Campus liegt meistens in einer schönen, ruhigen, von vielen Natur umgebenden Gegend mit Gebäuden im klassischen Stil. Drittens. Die Boarding School bietet ihren Schülern sehr viele Angebote. Es gibt anspruchsvolle Kurse und manchmal auch Unterricht am Wochenende. Die Schüler werden also stark gefördert. Außerdem wird die Freizeit mit vielen sportlichen und künstlerischen Aktivitäten gestaltet. Nummer 4. Boarding Schools haben sehr qualifizierte Lehrer. Diese sind sehr offen und hilfsbereit. Hier wird besonders viel Wert auf offene Diskussionen im Unterricht gelegt. Interessant ist auch, dass die Lehrer im Internat leben und das meist sogar nur ein paar Türen von den Schülern entfernt. Fünftens. Viele Internate haben Regeln, wie zum Beispiel den klassischen Dresscode. Dadurch musst du dir nie den Kopf darüber zerbrechen, was du anziehst. Sechstens. Die Boarding School bereitet die Schüler perfekt auf das Studentenleben und auch auf das Berufsleben vor. Hier erhält man eine gute Basis für seine Zukunft. Und der letzte Punkt, Nummer 7. Die Bildung, die eine Boarding School bietet, ist sehr hoch angesehen und zählt zu der besten Bildung, die man erhalten kann. Wir helfen auch dir, deine passende Schule zu finden. Ob Boarding School, Privat- oder öffentliche Schule. Melde dich einfach bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch. drs. mesmer Sie